Untertitelung. BR 2018 Du hast einen Schatz im Sinn, ein Schischisch-Schatzilein, ob er in weiter Ferne oder ganz nah liegt, findest du ihn heute, gestern oder morgen, oh ja! Freu dich einfach, deines Lebens, du glaubst wohl, das geht ganz einfach und weil du wusstest, wird es wahr, das ist ganz klar. Oh, deine Stimme schwirrt durch meinen Kopf und lässt mir keine Ruhe. Wenn ich eine Antwort will, dann muss ich nur gut zuhören. Selbst wenn ich mich niedergeschlagen fühle, weiß ich, ich muss mich nur trauen. Kein Mecker mehr, kein Geschrei. Hurra, bravo, hey Leute, die Liebe erblüht. Danke, Jokai. Lass deine Sorgen sein und sei froh. Hey, hey, hey! Und damit, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen und Hallo zu Jokai Watch 3, meiner Nasslock Challenge. Eine Challenge, in der wir an unsere Grenzen des Yo-Kai-Tastischen gehen werden und ja, darüber hinaus Herausforderungen in einem Yo-Kai Watch-Spiel begehen werden oder besser gesagt ausführen werden, die noch keiner vor uns gemeistert hat. Und, mhm, denn ich bin jetzt aktuell, beim aktuellen Stand des 24. Juli 2020, bin ich aktuell der Einzige, der eine Yo-Kai Watch 3 Nasslock Challenge macht oder vor allem jetzt auch gleich mal beginnen wird. Warte mal, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel Zeit gewesen. Aber gut, jetzt erstmal neues Spiel. Und ja, es wird erstmal Zeit, eine neue Datei gleich zu öffnen. 123 Stunden und 21 Minuten hatten wir bei unserem ersten Spiel gehabt, gemeistert. Mal sehen, wie lange wir denn jetzt hier mit unserer Yo-Kai Watch 3 Nasslock Challenge hier so verbringen werden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Einige Sachen werden jetzt auf jeden Fall kürzer ausfallen, als was bei meinem ursprünglichen Yo-Kai Watch 3 Let's Play, was jetzt nicht mehr vorhanden ist. Die, naja, Ursachen dafür sind jetzt eigentlich ja jeden. Klar, YouTube hatte so Ende Juni, was war das jetzt, der 25. oder 26. Ach, das ist schon mal ein Datum, was ich jetzt schon mal teilweise verdrängt habe. Auf jeden Fall hatte ja YouTube ja meinen Kanal ohne ersichtlichen Grund gelöscht gehabt. Yo-Kai Watch 3 war daraufhin ja auch komplett gelöscht gewesen. Mein erfolgreichstes Let's Play auf dem Kanal mit über 100 Videos, mit tausenden von Aufrufen. Und natürlich ja auch mit massig verschiedenen Yo-Kais und beeindruckenden Kämpfen. Dieses Mal werden es natürlich auch sehr beeindruckende Kämpfe werden. Denn für diese Challenge hat man ja ein paar Regeln aufgestellt. Ich persönlich ja nicht. Ich habe bloß, er sagt, die Regel Nummer 7 hinzugefügt. Und auch nur deshalb, weil, das muss man eigentlich ja nicht erwähnen, aber trotzdem in der Eile des Gefechtes kann man ja schnell was vergessen. Ist mir, er sagt, heutzutage auch mehr als einmal passiert. Aber auf jeden Fall, jetzt wollte ich mal kurz mal die Regeln der Yo-Kai Watch 3 Nasslocked Challenge erläutern. Regel Nummer 1. Besiegte Yo-Kai sind tot, dürfen nicht mehr eingesetzt werden, beziehungsweise müssen freigelassen werden. Bei einem Game Over, sprich alle Yo-Kai werden in einem Kampf kampfunfähig, ist die Challenge sofort verloren. Let's Play geht aber weiter. Regel Nummer 3. Beim Sieg gegen Don Spiritoni ist die Challenge sofort gewonnen. Regel Nummer 4. Während der gesamten Challenge sind nur Yo-Kai von Rang E bis B erlaubt. Beim Endkampf dürften sie Level 60 nicht überschritten haben. Regel Nummer 5. Keine Yo-Kai erlaubt, welche durch Tausch, Yo-Kai-Mat oder Blasters-T zu erhalten sind. Vorletzte Regel. Keine zu starken Ausrüstungsgegenstände erlaubt. Und die letzte Regel. Eine Wiederbelebung während des Bosskampfes ist erlaubt, allerdings nur mit fiese Medizin. Der schwächsten Medizin, um Yo-Kais wiederzubeleben. Das musste natürlich auch mal kurz, ja, erwähnt werden. Und damit würde ich jetzt mal sagen, beginnen wir mal unsere Challenge. Bei einem Projekt, was ziemlich lange gehen wird. Sofern wir uns, Herr Sack, nicht allzu dämlich anstellen. Habten wir auf jeden Fall auch schon mal ein paar Yo-Kais mal so rausgesucht, die, Herr Sack, mindestens auf Rang B sind. Und ja, es wird interessant werden. Also, beginnen wir jetzt. So, wähle Namen für deine Charaktere. Ja, Name des Jungen. Da bleiben wir ganz einfach mal klassisch bei Philipp. Nein, natürlich bei Phantom. Okay. Okay, das war jetzt der falsche Knopf. Erinnert mich jetzt eigentlich auch daran, dass ich jetzt den Namen hier mit ins Steuerkreuz eingebe. Ja, warum benutzt ihr eigentlich jetzt nicht den Touchpen? Gute Frage, nächste Frage. Eine Frage, die wir jetzt nicht beantworten werden. Aber ja, wir bleiben bei unserem Namen. Phantom. So, und Name des Mädchens. Ihr originaler Name war eigentlich Erika. Während meines Let's Plays aus dem Jahre 2018, hab ich sie allerdings Amanda genannt. Jetzt wiederum ja komplett anders. So, einmal Phantom, einmal Erika. So kann's losgehen. Warte, ich sagte, so kann's losgehen. Ja, wir heißen wie immer Phantom und das Mädel heißt dann mal Erika. Diese Geschichte ist frei erfunden, die darin vorkommenden Menschen, Orte und Organisation sind rein fiktiv. Joker Watch 3 nutzt die Systemuhr des Nintendo 3DS, aber das wisst ihr ja schon. Yo, Joker Watch 3 sichert Zusatzdaten auf der SD-Card. Der Weltraum. Unendliche Weiten. In den USA, St. Peanutsburg. Was war das für ein Knall? Ist etwas abgestürzt? Äußerst interessant. Kannst du nicht etwas schneller fahren? So kommen wir ja erst nächste Woche an. Dann haben wir ja genug Zeit, um uns vorzubereiten. Na toll. Wenn meine Analyse stimmt, wird es weitreichende Konsequenzen geben. Nicht nur für diese Stadt, sondern für die ganze Welt. Haltlose Theorien mal beiseite. Es ist sehr seltsam, ja. Vielleicht ist es nur eine Messe für Sprengstoff-Enthusiasten. Fantasielos wie immer, Skepti. Du musst deine Zweifel loswerden, weißt du? Ich wünschte, ich könnte dein Gesicht loswerden, Munkler. Hör mal, Skepti. In unserem Gewerbe, da muss man einfach mit Gefahren rechnen. Aber letzten Endes werden wir alles geben, um die Y-Akten zu lösen. Na gut. Also, wie genau lautet dann deine Analyse? Hm, mal sehen. Es ist definitiv kein Level 1 oder Level 2 Fall. Es muss mindestens Level 4 sein. Vielleicht sogar... Level 5. Oh yeah, Level 5. Wird ja nicht nur die einzige Anspielung Level 5 hier sein. Lecker, Siki-Aki. Ja, drücke den Knopf genau zum richtigen Zeitpunkt. Guten Appetit. Warte, bis der leuchtende Regen den Kreis erreicht und drücke dann. Na los, Phantom, hau rein. Ich hoffe, meine Whisper-Stimme ist noch einigermaßen in Ordnung. Ich hoffe, es schmeckt dir. Probier mal dieses leckere Fleisch. Es ist nur ein bisschen. Das Gemüse hat so viel Geschmack. Ah, verdammt nochmal. Das haben wir, glaube ich, zu Anfang unserer Setzpläce ein bisschen besser eingekriegt. Probier mal dieses leckere Fleisch. Das ist jetzt wirklich ein bisschen zu viel. Das Gemüse hat so viel Geschmack. Probier mal dieses leckere Fleisch. Wow, lecker. Es ist nur ein bisschen. Ich hoffe, es schmeckt dir. Das riecht ja gut. Es ist nur ein bisschen. Probier mal dieses leckere Fleisch. Das ist sowas von gut. Das war richtig lecker. Ja, das war auch wirklich richtig lecker. Da kriegt man schon Hunger beim Zusehen. Bonus. Ja, fiese Medizin. Einen Yo-Kai können wir also schon mal wieder beleben. Und wir haben schon mal ein bisschen Geld für spätere Einkäufe. Hatten wir das eigentlich während unseres ersten Let's Plays auch so gehabt? Was für ein Festessen. Okay. Hat es dir geschmeckt? War alles in Ordnung? Ja. Ja, total. Es war so gut. Mit Platz gleich der Magen. Dann wurde das Geld ja gut angelegt. Hey. Schatz, wir sollten es ihm jetzt sagen. Was? Oh, ja, du hast recht. Sag schon, was ist los? Es ist so. Phantom, es ist so. Ich habe einen neuen Job. Was ist los? Hä, einen neuen Job? Wo? Über den großen Teich in den USA. Was? In den USA? Ah, aber das ist so weit weg. Und der Präsident ist auch nicht gerade, naja, erwähnenswert. Ein ganz anderer Kontinent. Wir ziehen um. In die USA. Sieh es als Chance, Phantom. Los geht's. Ein brandneues Abenteuer wartet in den USA auf uns. Was zum Henker? Das kann nicht sein. Was zum? Yay. Jeha. Ab in die USA. Weiter und immer weiter. Über den Wolken. Aufzuwachen, Schatz. Wir landen jeden Moment. Wir sind endlich da. Unser neues Zuhause in den USA. Na, das reimte sich sogar auch ein bisschen, wie es sich anhörte. Und so beginnt dann jetzt Kapitel 1. Die zwei Yo-Kai-Watches. Ah, hier. Sankt Peanutsburg. Southmont. Ein kleines, idyllisches Städtchen. Wo wir die einzigen sind, die kein Englisch, Schrägstrich, Amerikanisch können. So, das sollte genügen. Wir haben's geschafft. Mit einem Lied auf den Lippen arbeitet es sich leichter. Juhu. Wenn Whispern jetzt noch die Klappe hält, ist alles perfekt. Nachdem alles erledigt ist, Phantom. Wieso schauen wir nicht mal raus? Ja. Ja, das ist eine gute Idee. So geil ich auch mitkommen würde. Ich überlasse das euch beiden. Ich warte auf ein wichtiges Yo-Kai-Paket. Ihr kennt das ja. Bis dann. Oh, schade. Dann bis gleich. Wenn Whisper ja noch auf ein Paket von Yo Amazon wartet, dann ist es halt so. So, achso. Warte mal. Das Ganze können wir jetzt ein bisschen ja überspringen. Wir wissen ja, wie man, er sagt, ja gehen kann hier im Spiel. Gerannt wird mit B. Gesteuert mit einem Steuerkreuz. Ansprechen mit A. Aufs Klo gehen können wir auch alle mal. Natürlich mit angezogener Hose, weil das ja natürlich jeder macht. Die Badewanne können wir jetzt auch so aktuell nicht benutzen. Nein, wir dürfen bloß aufs Klo gehen. Tja, so war es aber auch. Naja, wenn man erst mal ziemlich lange in einem Flieger sitzt. Phantom! Und nicht aufs Klo geht, weil man, er sagt, die ganze Zeit verpennt. Da muss man erst mal. Was gibt's, Mama? Hey, wo ist denn deine Brille? Benutzt du jetzt Kontaktlinsen? Nein, ich muss sie irgendwie irgendwo verloren haben. Verloren? Wie? Du trägst sie praktisch immer. Ich weiß nicht, was passiert ist. Phantom, hast du sie gesehen? Nein, aber ich werde dir Augen offen halten. Phantom, lass uns endlich rausgehen! Warte, Jibanyan, ohne ihre Brille wirkt Mama ziemlich verloren. Sieht so aus! Na gut, lass uns danach suchen! Ich wusste doch, dass du das verstehst. Keine Sorge, Mama, ich kümmere mich um diesen Fall. Fall, oh, verstehe, danke! Überlass das ruhig mir! Ach ja, Kapitel 1 ist im Großen und Ganzen jetzt erst mal noch ein kleines bisschen Prologue. Also, Phantom, wo fangen wir an? Also gut! Lass uns Papa suchen, vielleicht weiß er etwas. Vielleicht hat er sie irgendwo gesehen. Tja, wäre nun wirklich auch schade um die Brille. Hm, wäre nun wirklich ziemlich schade um die Brille, muss man so ja sagen. Ich persönlich bin ja auch Brillenträger. Hm? Seit Jahren, ja. Und ich würde, ja gesagt, niemals Kontaktlinsen tragen. Sowas finde ich einfach nur, wah, widerlich. Oh, Phantom, was ist los? Hi, Mama hat ihre Brille verloren. Weißt du, wo sie sein könnte? Hm, wurdest du auch eingespannt, Phantom? Typisch Mama. Hm? Was, du suchst auch schon danach? Stimmt. Wie du sehen kannst, ich habe den ganzen Haus gesucht, ohne Erfolg. Hm. Ach, dann muss Mama sie wohl draußen verloren haben, oder? Hm. Ich weiß es nicht, aber es lohnt sie bestimmt nachzusehen. Ich schaue mal, ob sie im Haus ist. Vielleicht ist sie ja doch hier. Alles klar. Phantom, kann ich es dir überlassen, draußen zu suchen? Ja. Klar doch. Also gut, dann schauen wir doch mal. Speichere deinen Fortschritt im Tagebuch des Yuki-Pets. Nyan. Schreibe oft in dein Tagebuch oder verlierst deinen Fortschritt. Nyan. Okay, Jibanian, dann speichere ich mal kurz. Gut, Tagebuch Nummer 2 gespeichert. Kaum zu glauben, dass jetzt schon 15 Minuten rum sein sollen. Okay, Yo-Kai Watch, Ausrüstung, fiese Medizin, Silberpuppe. Geldtechnisch haben wir jetzt bloß aktuell 3 Dollar. Nicht gut. Ja, dann, dann, wo fangen wir an? Hm, wenn ich eine Brille wäre, wo würde ich hinfallen? Am liebsten natürlich ins Brillen-Etui. Wechsle in den Suchmodus, indem du Orte mit der Lupe untersuchst, Nyan. Wenn du Glück hast, findest du vielleicht sogar ein paar Schätze, Nyan. Oh yeah, also los. Finden wir diese Brille und Geld. Vielleicht sogar auch ein Schokoriegel. Äh, wartet. Aha. Die Brille ist nicht hier. Vielleicht unterm Auto. Nein, hier haben wir eine Schmalzschleife, Alten. Ansonsten gäbe es hier nix. Hm, beim Hydranten, natürlich. Mamas Brille beim Hydranten. Aha. Da ist sie ja. Fehlt nur noch Mamas Gesicht. Toll gemacht, Phantom. Jihau. Wunderbar. Mission gemeistert. Yo, hey, Kid Boy. Was? Howdy, Partner. Did you just move into this house? Wie bitte? Phantom, hast du auch nur ein Wort verstanden, ja? Nö. Aber ich kann ihn nicht einmal ignorieren. Ähm. Äh, ha, ha. Howdy. You need something? Yeah, I'm Johnny. Really nice to meet you. Howdy, Partner. I live in that blue house over there. I hope you like it here, neighbor. Keine Ahnung, was er eben gesagt hat. Wie soll ich denn da reagieren? Daumen hoch. Not good, boy. See you around, boy. Take care and plus ultra. Die Sprache ist ja ganz anders. Wie soll ich damit zurechtkommen? Mit einem Dolmetscher oder so? Aber gehen wir erst zu deiner Mutti. Richtig. Nachdem wir die Brille jetzt gefunden haben, müssen wir sie mal auf zurückgeben. Okay. Es wird Zeit. Die Brille, warte mal. Können wir vielleicht nicht doch nochmal kurz hier und dort mal ein bisschen, naja, uns umschauen? Habe ich zwar beim ersten Let's Play nicht gemacht, aber da wir jetzt ja sowieso auf, naja, verschiedene Sachen jetzt angewiesen sind in diesem Let's Play. Sei es, er sagt nun auf Geld oder auf Essensgegenstände, muss ich jetzt natürlich auch ein bisschen mehr die Gegend erkunden. Naja, sofern es also geht, aber aktuell können wir noch nicht allzu viel erkunden. Aber vielleicht finden wir jetzt hier eine Gurke. Das wäre jetzt nicht schlecht für Wanderkapper. Wiederum allerdings wäre das wiederum schlecht für Wanderkapper. Wir könnten ihn dann bloß für einen gewissen Zeitpunkt mit im Let's Play haben, weil wenn er sich erstmal weiterentwickelt, ist er ein A-Rang, Yo-Kai. Also würde er dann schon mal für die Nasslock-Challenge ausscheiden. Jo, Mama, ich habe deine Brille wieder. Du bist ein echter Lebensretter, danke, Phantom. So, die Brille ist wieder da. Ich weiß ja nicht, wie die auf den Hydramten gekommen ist, aber naja. Du trägst ja jeden Tag, also könnte ich sie sofort erkennen. Meine Augen, ich kann nicht scharf sehen. Du solltest aber scharf sehen, immerhin hast du deine Brille auf. Was ist bloß mit Mama los? Irgendetwas stimmt hier nicht. Phantom, benutze die Yo-Kai-Watch. Hm, gibt es hier überhaupt Yo-Kai, aber wenn du darauf bestehst? Ja, Yo-Kai gibt es überall. Hm, was soll... Wieso funktioniert sie nicht? Leider funktioniert dieses Modell der Yo-Kai-Watch in den USA nicht. No, no, no. Was? Das ist schon mal ein kleines Problem. Hm, dass die Yo-Kai-Watch hier nicht funktioniert, hätte ich nicht erwartet. Tut mir leid, Phantom. Hallo? Phantom! Äh, Phantom! Tolle Nachrichten! Teilweise ist meine Synchronisi... Synchronisationsstimme in Ordnung! Da zeigt aber jemand Fingerspitzengefühl, ja! Was ist los, Whisper? Nun, Phantom! Eigentlich sind es zwei Nachrichten! Wir können ja zum Glück sagen, dass ich auch schon mal mit dieser Stimme Boo gesprochen habe. Eine gute und eine schlechte Nachricht! Welche willst du zuerst hören? Also, wenn ich wählen muss, zuerst die... Gute Nachricht. Die gute Nachricht. Gute Wahl! Also, dann! Die globale Version der Yo-Kai-Watch Modell U ist angekommen! Yay! Yo-Kai-Watch Modell U! Universal! Der Wahnsinn! Und die schlechte Nachricht? Das Yo-Kai-Medaillium von Phantom! Nun ja! Es wurde mit einem Fingerstippen gelöscht! Sagen wir einfach, deine ganzen Yo-Kai-Medaillien sind dahin! Was? Das kann nicht sein! Auf geht's! Es geht nicht anders! Wir brauchen die Yo-Kai-Watch Modell U! Und dein Medallium war das Einzige, was ich dafür eintauschen konnte! Bitte was? Du hast mein Yo-Kai-Medaillium dafür eingetauscht? Naja, so können wir zumindest die Yo-Kai-Watch wenden. Aber ohne Yo-Kai-Medaillium kann ich keine Yo-Kai beschwören, oder? Ähm, also, mhm, eventuell, ja! Nicht bloß eventuell! Du Holy News! Autsch! Ey, den Bildschirm hab ich gerade erst geputzt! Tja, was machen wir also? Also, ein aktuelles Yo-Kai-Medaillium habe ich, wenn du eines brauchst! Servus, grüß Gott und hallo, Flederlein aus den USA! Was? Boah, diesen Schrank suchst du auch heim? Ja! Wie lange bist du schon hier? Ja, stimmt! Ich wusste, dass ihr umzieht, also bin ich kurz vor euch hergekommen! So ist das! Ja! Flederlein! Was hast du davon gesagt? Wegen des Yo-Kai-Medailliums hast du wirklich eines? Ja, stimmt! Ja, ich dachte, es wäre ein nettes Geschenk zum Einzug! Yay, Yo-Kai-Medaillium! Ja, das Yo-Kai-Medaillium lagert deine Yo-Kai-Medaillien und Informationen! Die Legenden-Seiten sind ganz hinten! Sammelt die 8 Medaillien einer Seite und es gibt eine seltene Belohnung! Jeha! Im Ernst? Vielen, vielen Dank! Ach ja, für diejenigen, die jetzt, Herr Sakiya, den ersten Part von Yo-Kai-Watch 3 der Nasslock-Challenge ja jetzt ja euch anschaut, jetzt entscheidet mal ihr! Sushi oder Tempura? Was mögt ihr lieber? Schreibt es in den Kommentaren! Nicht zu danken, wenn ihr mich dann entschuldigt? So viel dazu! Jetzt können wir alle Medaillen verstauen, die wir wollen! Jeha! Nur haben wir keine Medaillen zu verstauen! Nein, da liegst du falsch, Phantom! Yo-Kai-Medaillien bekommst du von Yo-Kai-Freunden! Und ich bin... Danke! Jibanyan! 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 Erste Medaillen aktiviert! Sie ist ein Zeichen unserer Freundschaft, Nia! Jetzt kannst du mich immer rufen, wenn du mich brauchst! Ja! Danke sehr, Jibanyan! Auf geht's! Dann lass uns runtersausen und nach deiner Mutter sehen! Okay, machen wir es mal auf die Schnelle! Und befreien sie von einem... Böserigen Yo-Kai! Das ist so kompliziert! Nein, eigentlich ist es recht einfach, aber... Wenn... Wenn sie meinen... Oh Mann, sie fällt sich immer noch komisch! Zeit für deine Yo-Kai-Watch! Modell! Universal! Ihr Yo-Kai-Radar sollte was finden! Deine Mutter sagt so doofe Sachen! Sicher nur wegen eines anwesenden Yo-Kai! Okay, Steuerkreuz! Ja, wir kennen ja jetzt langsam schon das Ganze so... Ich weiß nicht, schaffen es Yo-Kai wirklich so weit bis in die USA? Ja! Yo-Kai sind überall, Phantom! Setze die Yo-Kai-Watch Modell U ein! Verwende einfach die Suchfunktion! Deine Yo-Kai-Watch Modell U! Juhu! Modell U! Auf geht's! Phantom! Such in der Nähe deiner Mutter! Okay! Yippie-Jay-Jay! And Yippie-Jay-Jow! Äh! Yo-Kai-Watch aktiviert! Yo-Kai gefunden Maiskolben-Yo-Kai Dös-Kalb Nein, ist es nicht Sogar hier sind Yo-Kai Whisper, was ist mit diesen Yo-Kai los? Mais, ey Dieser Yo-Kai bleibt so leicht hängen wie Mais Zwischen den Zähnen Ähm, vergiss das Dieser Yo-Kai ist jedenfalls doofkolb Das ist so kompliziert Verstehe Das könnte ein Kölnchen Wahrheit enthalten Wer besieht es, ist ganz benommen Und sagt immer, dass es kompliziert Ja Außerdem ist das ein Merika-Yo-Kai Wow Ein Merika-Yo-Kai Das ist was Neues Ja Sie kommt vor allem in den USA vor Was seine Anwesenheit erklärt Phantom, verwende nochmal die Yo-Kai-Watch Aufgeh Beschwöre Jibanyan und lass ihn etwas Nützliches tun Und doofkolb bekämpfen Ja Verstanden, Jibanyan, dein Auftritt Komm raus, mein Yo-Kai Vorwärts, Jibanyan Yo-Kai-Medaille Aktiviert Charmant Charmantastamm Zu blöd allerdings Das ist nur Dass dies bloß bei Jibanyan blieb Musstest du mich so früh beschwören? Jibanyan, ich zähle auf dich Ich schnapp dir doofkolb Wieso beschwörst du mich überhaupt Wenn ich nur einen Stock höher war? Verstehe Weil du es bist, Jibanyan Du wärst sonst erst in deiner Woche gekommen Ich hab was zu tun Ich habe gerade so gut geschlafen Warte mal Und anscheinend schläfst du gleich wieder Weniger schlafen, mehr strafen Wie bitte? Vielleicht, wenn ich mich erholt habe Ich bin so müde Das geht Sag mir nicht das Was? Seine innere Uhr hat sich noch immer nicht An die Zeitzone der USA gewöhnt Wir haben es hier mit einem schweren Fall von Jetlag zu tun Wenn er jetzt schlafen geht Wird er in der Nacht hellwach sein Nein, gefällt mir nicht Das ist nicht gut, aber Ich bin so müde Auf geht's Jetlag, überwindet mal am besten mit Sport Ein kurzer Kampf sollte reichen Los geht's Okay, dann los Yay, auf in den Kampf Yay, gegen Warte mal, können wir ihn Ah, keine Vorbereitung Okay, los, 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 los Nicht lang trödeln Einfach loslegen Los, ich dreh am Rad Exzellent Jibanian Den ersten Kampf in den USA gemeistert Und Level 2 erreicht Das ist so kompliziert Und weg ist er Wir haben's geschafft Phantom, deine Mutter Sollte es wieder gut gehen Was, schon so spät Ich muss mich mit dem Abendessen beeilen Ja, sie ist wieder ganz sie selbst Dieser Fall ist wohl gelöst Und ich bin dann diesen Kampf auch wieder wach Danke Ach ja, Phantom Danke dafür, dass du meine Brille gefunden hast Ich fühle mich ohne sie immer so verloren Wo hast du sie gefunden? Ja Sie lag auf dem Hydranten Der direkt vor unserem Haus steht Oh Im Ernst, wie ist sie denn dorthin gekommen? Ich muss besser aufpassen Hm Und außerdem bin ich draußen Mit meinem Nachbarn über den Weg gelaufen Aber ich habe kein Wort verstanden In Nenzhausen spricht niemand so Keine Sorge, du wirst Englisch Noch früh genug beerschen Was? Meinst du das ernst? Was?